So, jetzt geht's endlich los. Jetzt nehmen wir den dicken Fisch aus. Puh, schon ganz aufgeregt. So, wollen wir mal eben alles kontrollieren. Wir brauchen einen Passwort-Cracker, haben wir. Wir brauchen den Proxy-Bypass. Wir brauchen den Voice-Analyser übrigens nicht, weil wir nicht auf das Admin-Konto zugreifen müssen. Wir können die Log-Files auch so löschen. Wir brauchen die Kontodaten des Opfers. Die Bank haben wir schon identifiziert, ist schon auf der Karte drauf. Das ist der Account, den haben wir auch schon geknackt. Und die Kohle. Dann brauchen wir noch unsere eigenen Bankdaten, die sehen wir hier ein, weil da muss die Kohle ja hintransferiert werden. Und, ja, mehr gibt's eigentlich nicht. Und dann wollen wir mal loslegen. Nicht, dass ich einen Fehler mache, ich denke lieber noch einmal mehr nach. Ich muss das, das, das. Okay, ähm, auf geht's. Das ist unser Ziel. Die Automated Corp International Bank. Vollgas. So, theoretisch dürften wir uns jetzt nicht packen. Sofort, wenn ich mich gleich in den Account einlogge. Den haben wir etwas früher schon geknackt. So, und das ist übrigens dieser Connection Analyzer. Und der macht mir einfach ein Fenster auf und zeigt mir hier an, hier sind zwei Sicherheitsmaßnahmen. Einmal der Proxysblocker und ein Monitor. So, und diesen Proxy hier kann ich jetzt theoretisch mit dem Proxy Bypass deaktivieren. Den Monitor, wo ich einen Monitor Bypass für, den habe ich jetzt nicht. Und sobald ich den Proxy Bypass ausgeschaltet habe und der Monitor das mitkriegt, wird der anfangen zu tracen. Den Proxy muss ich natürlich down machen, damit ich später auf die Lock-Files zugreifen kann, um die Spuren zu verwischen, wo ich mir die Kohle auf mein Konto gepackt habe. So, und jetzt reicht das natürlich noch nicht ganz. Ich muss natürlich dann auch auf mein Bank-Account gehen und dort das gleiche nochmal machen und da die Lock-Files auch löschen. Weil sonst kann meine Bank natürlich einsehen, ja, wo kommt die Kohle denn her? Die sprechen sich untereinander ab. Und zapp, 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 stehen die Bullen bei mir vor der Tür. Das wollen wir natürlich nicht. Also das muss alles fix gehen, richtig schön schnell. Und, äh, genau. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Manage Existing Account. Das ist er hier. Gehen wir mal rein, gucken, ob es uns tracen. Ich glaube eigentlich nicht. Nein? Gut, dann haben wir alle Zeit der Welt bis hierhin. Und, äh, genau. Account, das ist die Kohle. Und hier später bei, ähm, View Statement. Hier wird dann ein neuer Eintrag kommen. Vom 26. März. Die Uhrzeit kann ich gerade nicht einsehen. Äh, wird dann hier oben ein neuer Eintrag erstellt. Und den müssen wir löschen. Transfer Money. Bank IP 2. Das ist meiner. Und das ist die IP 623.61.985.889. Die Accountnummer lautet 486.830. Null. Sind wir im Moment richtig pleite, sehe ich gerade. Und die Anzahl. Mit 12. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 0. So, sobald ich jetzt auf Transfer drücke, ist der Ofen heiß. Und deswegen, werde ich jetzt schon mal den Proxy bypassen. Und Vollgas. Zack. Transfer was komplett. Und View Statements. Wow, 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 wo ist der Lockdeleter? Wow, wow. Hier oben, das muss weg. Jetzt haben sie mich. So, und tschüss. Bin ich schon fertig hier an der Stelle. Schnell, schnell, schnell. Rutet weg damit. Warum leckt das denn so jetzt gerade hier? Passt mir überhaupt nicht. Und hier oben ist meine Bank. Da müssen wir jetzt auch drauf. Bap, bap. Das ist natürlich auch gut. Passwort haben wir ja schon. Proxy bypass, damit wir Zugriff auf die Lockfalls haben. View Statement. Security. Lockdeleter. Und... Disconnect. Nein, falscher Knopf. So, safe. Patsch, patsch. Fertig. Man siehe da, wir sind reich. So einfach geht das. Ja, normalerweise steckt da ein bisschen... Muss man ein bisschen... Wenn man das noch nie gemacht hat, ne? Aber... Naja, was soll ich dazu sagen? So einfach geht's eigentlich. Und, äh... Ja, jetzt... Buren wir die Zeit mal vor. Und, äh... Wollen wir mal gucken, ob sie uns nicht eventuell erwischt haben. Hier kommt schon mal eine Nachricht. Ich bin jetzt überskillt. Weil Bank zu hacken ist natürlich, äh... Königsdisziplin. Können wir deleten. Was ist denn... Achso, ja. Ich hab vorhin die eine Mission, die, äh... Wo ich noch die 50 Credits brauchte. Die hab ich grad mal eben gemacht, bevor ich das Video angeschmissen hab. Das ist die Bestätigung dafür gewesen. So, close. Brauchen wir nicht. So, machen wir ein bisschen Vorspuren noch. Wenn der Bildschirm gleich schwarz wird, haben sie uns doch gepackt. Ich hab irgendwo einen Fehler gemacht, aber ich denke, das wird nicht passieren. Wir sind einfach zu gut. So. Dann gehen wir mal shoppen, nicht wahr? Mit dem Schirmgeld können wir uns nämlich jetzt mal ein richtig geiles neues Gateway kaufen. Und zwar kaufe ich natürlich direkt das Trinity. Da hab ich 8 CPUs und genug Speicher. Fast das schnellste Modem, was es überhaupt gibt. Und, äh... Ja, so Sicherheitsmaßnahmen, die ich aber eigentlich nie brauche. So, wie viel Speicher haben wir? 128 Gigabyte haben wir maximal an Speicher. 8 CPUs. Wobei, eine davon... Ich weiß gar nicht, normal... Bei manchen ist das begrenzt, da... ...darf man nur eine gewisse... ...Anzahl an... ...Gigahertz... ...haben. Oder speichern. Na egal. Wir kaufen das Ding jetzt erstmal, also upgraden. Das dauert jetzt, äh... Wir geben das jetzt in Auftrag. Das dauert ein bisschen Kohle. Ich weiß gar nicht, äh... Genau, der Exchange kostet mich halt 113.000. 750. Interessiert mich den Scheiß. Ich hab eine Mille auf dem Konto. Und das dauert 24 Stunden, bis der ausgetauscht ist. So. Kriegen wir nochmal die Bestätigung hier. Und... Genau. Das... Die Zeit sitzen wir jetzt erstmal ab. Wir haben jetzt den 29. März. Und zack. Komm, kriegen wir noch eine Bestätigung. We have finished preparing your new Gateway Machine. Also ist jetzt alles fertig. Und, ähm... Jetzt muss ich mich einmal ausloggen. Und... Wieder einloggen, weil ich ja jetzt ein neues Gateway bekomme. Dann krieg ich nochmal... ...die... Bestätigung dafür. Ja... 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 Delete... 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 Und jetzt gucken wir uns das Gateway mal an. Ja... Da ist das alte CPU noch drauf. Und die... ...drei... ...Festplattenspeicher. Und das werden wir jetzt alles mal... ...neu kaufen. Und zwar sind das 8 CPUs und 16 Speicher. Und ein neues Modem. Achso, die einzelnen Sachen kann ich natürlich auch mal erklären. Was wofür halt da ist. Schauen wir direkt mal bei Hardware. Prozessoren. Hier hat man... ...verschiedene Modelltypen. Das ist, äh... Die CPU hat 200 GHz. GHz ist halt einfach die Rechenleistung. Also wie schnell die Programme arbeiten können. Wie viel, äh... ...Leistung die bekommen quasi. Und hier hat man ja die CPU Usage. Das ist ja quasi mein Management. Wenn ich jetzt 5 Programme gleichzeitig laufen lasse. Hat man... Hat man ja gesehen dann... ...mit den Balken. Und da muss man ein bisschen gucken. 50-50 bei 2. Oder bei 3 nimmt man dann 30-30-30. Und wenn ich jetzt 8x 200 GHz habe, dann brauche ich auf das Usage nicht mehr zu achten. Weil die Programme werden einfach alle so viel Leistung zugewiesen bekommen, wie sie halt brauchen. Und, äh... Ja... 8x... 8x 200 GHz... Das ist... Da knacke ich ein Passwort in einer Sekunde. Nicht mal. Noch schneller wahrscheinlich. Und deswegen kaufe ich jetzt hier auch direkt mal... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Kommen wir zum Speicher. Ist ja auch ganz simpel. Wir haben 16 Plätze frei. Und Speicher ist halt einfach, äh... Also Gigabyte, 32 Gigabyte. Dann kriege ich halt hier 32 Gigabyte mehr. Einfach Speicherplatz für meine Programme oder Dateien, die ich klauen möchte. Es gab sogar, ähm... Missionen, wo man Daten klauen muss, die... Insgesamt... Eine Größe von 100 Gigabyte haben. Und ich hätte jetzt hier gerade mal... Wenn ich kein Programm auf meinem Rechner installiert hätte... Äh... Kein Tool... Dann hätte ich gerade mal 23 Gigabyte frei. Man kann das natürlich... In einzelnen Schritten machen. Kann immer hingehen auf den Server. Eine File rüber kopieren. Disconnecten auf den File-Server. Hochladen. Löschen. Und wieder rüber. Das dauert natürlich ewig. Oder man kauft sich halt ein Gateway, wo man mehr Speicher zur Verfügung hat. Aber, äh... Das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Wir kaufen jetzt 16 mal 32 Gigabyte. Obwohl, was... Nein, egal. Machen wir einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommen wir zum Modem. Modem ist einfach die Bandbreite. 10... ...Giga... Weiß ich auch nicht, was das sein soll. Bandbreite halt. Geschwindigkeit. Up- und Download. Wie schnell man, äh... ...Files kopieren kann. Und, äh... Also 8 Giga irgendwas, Gigahertz, Giga-Giga-Bit die Sekunde. Ähm... Und dann hat man hier eine Leiste. Da steht dann... ...steht dann drin. Ja, dann nähert sich einer. Dann füllt sich die Leiste, je näher der an das Gateway kommt. Und mit dem Self-Destruct, wenn... ...der halt nah genug dran ist. Dann, äh... ...wird sich das Gateway selbst zerstören. Das wäre dann weg. Also die Kohle, auch alles, was ich investiert habe, wäre weg. Die Daten, die Tools, alles weg. Aber... ...sie könnten mich halt nicht erwischen. Holen wir auch mal. Schadet ja nicht. Und jetzt muss ich wieder für jedes Teil, was ich gekauft habe, 24 Stunden warten. Und dann wird das eingebaut. Machen wir auch mal eben. Boom. Das brauchen wir auch nicht mehr. Den haben wir leergeräumt, den Big Fish. Und, äh... ...da habe ich einmal die monatliche Abrechnung bekommen. Für das Gateway, was ich ja benutze. Die 300 Credits. Ja, und der Rest sind einfach nur die Bestätigung. Das wische ich mal eben weg hier alles. Na, komm. So, fertig. Hier müssen wir nicht neu connecten, weil... ...wird einfach nur geupgradet. Plug-and-Play-Style. Uah, da fehlt einer. Wie viel fehlen hier denn? Sieben. Oder was war das? 100. Wie viel hatte ich maximal? 120. 128 kann ich. Wie viel habe ich mit 120? Ja, da fehlen mir noch 8, genau. Dann kaufe ich die doch nochmal eben nach. Und da warten wir jetzt nicht vor, der kann ruhig irgendwann kommen. Ja, und das war's. Als nächstes brauche ich meine Tools. Dafür kann ich den ganzen Rotz jetzt erstmal löschen. Außer dem Motion-Sensor und die Nuke. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Hier wunderbar. Nichts mehr mit warten. So, Software-Liste. Decryptor. Der ist dafür da, wenn man mal eine Text... ...ne Datei runterladen muss, die... ...encryptet ist, also verschlüsselt ist. Dann muss man den damit entschlüsseln. Und erst dann kann man die dem Arbeit... ...dem Auftraggeber zusenden, dass der die einsehen kann. Gibt's bis zu Stufe 7. Kann ich mal, wenn ich später irgendwann auf einer internalen Maschine bin... ...und da ist eine Datei, die gerade verschlüsselt ist... ...kann ich das mal testen, einfach so. Man kann die ja leider nicht einsehen, aber... ...einfach mal so zum Testen. So, haben wir gekauft. Die Cypher natürlich auch in der höchsten Version. Dictionary Hacker brauche ich nicht. File-Kopierer. File-Deleter. Gibt's ja keine höheren Version von... ...den Defragmentierer für 5000 Orten. So ein Dreck, was ich die ganze Zeit immer selber gemacht habe. Aber jetzt kann ich's mir leisten und holen wir das Teil. Firewall-Bypass. Ganz wichtig. Stufe 5. Dieselbe brauche ich ja nicht. Ich hab ja den Bypass. Das Teil habe ich schon, den Connection-Analyzer. Na, IRC-Client. Auch sehr interessant. Da kann man dann... ...sich mit diesem Tool kann man sich ins echte IRC verbinden. Das ist so ein Internet... ...wie heißt das nochmal? Internet-Relay-Chat oder so? Keine Ahnung, ich weiß die Abkürzung jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein Chatprogramm von früher. Die Quake-Zocker oder... ...Quake-Net-Besucher. Die werden das wohl noch kennen. Man hat damals für Counter-Strike 1.6 zum Beispiel... ...hat man da Wars gesucht. Da war... ...wo es ESL noch nicht gab und sowas. Da ist man in den Raum Raute... ...fünf gegen fünf gegangen und hat sich da ein paar Gegner gesucht. Map-Show-Trace... ...kaufen wir auch. Diese Map-Show-Trace zeigt mir jetzt... ...die Trace hier an. Auf der Karte. Also wenn ich gepackt werde oder entdeckt werde... ...dann wird die gestrichelte Linie rot. Und zwar... ...sagen wir mal jetzt hier, wo mein Maus-Cursor ist... ...ist der... ...mein Ziel-Server. Und ich hätte hier einen Bounce, hier einen Bounce... ...hier einen Bounce und dann runter. Dann wird der halt hier rot werden... ...für das Segment, wo der Admin das schon entschlüsselt hat. Dann bis hier hin, bis hier hin und so weiter und so weiter. Habe ich das gekauft jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich kaufe es einfach nochmal. Warum nicht? LAN-View ist das gleiche wie der Analyzer, nur... ...und ein spezieller Bereich. Falls wir eine Local Area Network von einem Unternehmen mal hacken müssen... ...dann brauche ich dieses Tool, damit ich die... ...die einzelnen Komponenten einer LAN einsehen kann, grafisch. Und dann muss man halt da auch connecten und alles. Machen wir auch später mal. Dann erkläre ich auch jedes Tool einzeln, was das so kann. Hier die LAN-Scans, Spoof-Force und Probe. Tools und IP-Lookup. Brauchen wir auch. Den Probe brauchen wir. Nehmen wir natürlich auch wieder die beste Version. Ja, jetzt kommen die LAN-Tools. Interessant. Wir haben jetzt gesehen, das Programm ist größer als der Platz, der hier war. Deswegen schreibt er das dann an die nächste Stelle, wo halt wieder Platz gewesen wäre. Und deswegen sollte man halt immer ein bisschen gucken, dass die Dateien von oben nach unten schön aufgelistet sind. So, der würde jetzt hier noch mit reinfassen, weil das sind genau zwei frei. Ja, wunderbar. Lock-Delete, ganz wichtig wieder mal. Habt ihr alles gelöscht? Lock-Modifier. Damit kann ich Lock-Files modifizieren. Werdet ihr auch gleich noch sehen. Oder später in den anderen Videos. Lock-Und-Delete hatte ich ganz zu Anfang der Serie mal angesprochen. Admins könnten das halt benutzen, um Lock-Files die gelöscht wurden, wiederherzustellen. Werden wir auch später brauchen in Missionen. Monitor-Bei-Pass, ganz wichtig. Proxy-Bei-Pass, wichtig. Wichtigste von allen. Bei-Pass-Tools. Trace-Tracker brauche ich eigentlich nicht, aber nehme ich trotzdem. Und den Voice-Analyser. So. So. Alle Tools gekauft. Gucken wir nochmal im Ranking. Jetzt sind wir schon auf Platz 6. Dann müssen wir noch ein paar Konkurrenten ausschalten, nicht wahr? Damit wir nach ganz oben kommen. So, weil ich ja jetzt überskript bin, schauen wir mal die Mission, was hier so kommt. Jetzt haben wir hier Highly-Skilled-Agent-Required-For-Removal-Job. Das ist jetzt Rang 8. 13.900 Credits wird der Auftrag geben. Was haben wir hier? 7. Und mal ein 7er. 8er. Ja. Können wir gleich mal ein paar machen, einfach so, just for fun. Vielleicht für einen 6er oder einen 5er. Ne, 5er hatten wir glaube ich schon, so gut waren wir schon. Dann gucken wir mal, ob wir einen 6er finden. Da hier zum Beispiel. You will need around 100 Gigabyte of Space. Also das wäre jetzt eine Mission, wo ich in ein High-Security-Netzwerk oder System eindringen muss. Und ich muss Daten in Wert von 100 Gigabyte halt klauen. Und ich glaube, das machen wir einfach mal. Gibt 10.000 Credits. Gucken wir uns mal an, was die von uns wollen genau. Wer ist das Target? Data Tech Solutions. Die sollen wir angreifen. Also das ist das Netzwerk. Die haben Proxy-Server, Firewall und wahrscheinlich auch einen Monitor, der den Server schützt. Firewalls in dem Sinne. Ich muss die Firewall ausschalten, damit ich Dateien hin- und herschieben oder kopieren kann. Aber ich habe jetzt einen Bypass. Also gar kein Problem mehr für uns. Fangen wir mal an, ob wir mehr Geld kriegen. Ja. Gibt uns... Was gibt er uns mehr? 10.000? Oh, hä, warte mal. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. 110.000? Na, gut. Nehmen wir. Ja. Auf geht's, würde ich sagen. Könnte mal die neue Maschine in Action sehen. So. Also unser Ziel, Angriff-Server, ist der Data Tech Solutions Central Rate Frame. Dieser hier. Und wo und wo die Klamotten drauf sollen, das ist der First Wave Tech File Server. Da können wir uns mal schon mal... Obwohl, ich habe ja eine Mission in die Beschreibung bekommen. Da, ja genau, haben wir auch Passwort und Username für den File Server, wo wir die Sachen dann draufpacken müssen. Ja, hier steht nur... Ja, genau. Und dann muss ich auch decrypten. Also die Files, die auf dem Mainframe-Server drauf sind, die sind verschlüsselt und die muss ich dann entschlüsseln. Und dann erst kann ich die rüberpacken. Gut. Ja, was gibt es jetzt hier noch zu sagen? Ja, genau. Ich kann einfach mal zeigen, so ein Mainframe-Server ist der sicherste Server überhaupt. Wollen wir mal drauf connecten. Jetzt steht hier, fail to establish connection. Und zwar, dieser Server erlaubt nur Verbindungen von anderen Maschinen, die Teil des Unternehmens, wie hießen die, N-Data, sind. Und deswegen muss ich meinen vorletzten Link von meiner Trace oder meinen vorletzten Bounce, muss ein Internal Machine oder ein Public Access Server von dem Unternehmen sein. Und dann erst kann ich auf dem Ziel, auf dem Mainframe-Server drauf. So, und jetzt schaue ich mal, Data Tech Solutions Central Mainframe, so heißen die. Jetzt gehe ich in den Internet rein. In den Browse & Search Bereich. Gehe ich rein, Data. Data Tech Solutions Public Access Server. Ne, Data Tech, nicht Data Link, so. Hier ist der Public Access Server. Und den hole ich mir mal in meine Liste und connecte auch direkt drauf. Obwohl, ne, machen wir gleich. Das will ich auch mal eben kurz so zeigen. So, ach ja, genau. Eben mal kurz markieren. So, wo ist er, wo ist er? Da, da ist er. Und jetzt gehe ich quasi von hier. Und dann erst rüber zum Mainframe. Jetzt drauf connecten. Zack, jetzt bin ich drauf. Jetzt kann ich auch zugreifen. So, und jetzt kann ich hier einmal das Passwort knacken. Und Voice Print Identification. Ja, was ist das denn? So, diese Maske hier verlangt, dass der Administrator halt seine Stimme verifiziert. Oder mit seiner Stimme verifiziert, dass es auch der Administrator ist. Nun bin ich ja jetzt nicht der Administrator. Wie soll ich das jetzt verifizieren? Genau, richtig erkannt. Dafür haben wir den Voice Analyzer. Und deswegen rufen wir den Admin jetzt an von Data Tech Solutions. Und klauen uns einfach seine Stimme. Und dafür gehe ich halt auf den Public Access Server. Verbinde mich damit. Und da steht, falls man jetzt Fragen haben sollte zu dem Unternehmen oder was. Die Nummer, Telefonnummer des Administrators. Paul Bedridge. Ab in die Liste. Wo ist er? Paul Bedridge's Voice Phone System. Connecten. Und die Stimme aufnehmen. Einfach das Tool anmachen und dann, wenn er quatscht, fängt er an zu recorden. Also, ich bin der Systemadministrator. Mein声sam ist mein Passport. Das ist nicht genau das, was wir aufgenommen haben, aber dieses Programm nimmt Stücke von der Stimme und entknackt die quasi, also die Frequenzen hochsprechen, tiefsprechen und ich kann dann zum Beispiel den Text eingeben, also so wird man das im echten Leben wahrscheinlich machen, wird dann Text eingeben, was diese Stimme sagen soll oder ich spreche in das Mikrofon rein und diese Stimme wird da einfach drüber moduliert und dann hört sich das halt so an. Und jetzt kann ich auch hier auf meiner Festplatte, kann ich die Stimme dann, ja komm mal hin, kann ich die Stimme dann abspeichern. Und dann, wenn ich die Stimme vom Powell Batridge nochmal brauchen sollte, kann ich mir die einfach hier reinladen und ja, dann brauche ich nicht extra wieder anrufen, das aufnehmen, wie auch immer. So, jetzt haben wir die Stimme von dem guten Herrn und jetzt linken wir mal auf dem Mainframe-Server. Data-Data-Solution, hier war der, auf dem Mainframe-Connect. So, wunderbar. Und dann holen wir uns auch direkt mal Zugang über die Stimme. Ich kann übrigens jetzt auch mal den Trace-Tracker anmachen. So, Access Granted, also hat alles funktioniert. Ach, die packen uns doch. Aha. Hätte ich vorher wahrscheinlich den Monitor beipassen sollen. Egal. So, und jetzt holen wir uns das Passwort noch eben schnell. Jetzt bin ich verwirrt, wo ist mein Passwort-Breaker? Habe ich den gar nicht gekauft? Das ist blöd. Müssen wir gleich nochmal wiederkommen. Und jetzt guckt mal, wie schnell das Ding hier die Loks löscht. Das ist schon ein bisschen asozial, aber so ist es nun mal. Passwort-Breaker, wo bist du? Da. Wichtigstes Tool. Warum hat er das nicht gekauft? Ja, gut. Gut. Und jetzt nochmal von hier nach der Connect. Ach ja, genau. Und bei dem höchsten Trace-Tracker wird auch angezeigt, wie viele Sekunden ich noch Zeit habe. Und hier oben seht ihr jetzt die rote Spur. Ah, Passwort knacken. Zack, fertig. Bypassen. Proxy-Bypass. Das ist immer der in der Mitte. Bei drei Sicherheitssystemen kann man sich ganz einfach merken. Monitor. Und Firewall. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt klicke ich auf den File-Server. Und soll ich jetzt alles kopieren eigentlich? Ich weiß gar nicht. Was soll ich denn holen? Ähm... Ähm... Das ist wunderbar. Mastextellischen Customer-Database. Copy all of the Customer-Data and decrypt it. Then copy the Files onto our own temporary File-Server. Okay. Alle Custom-Data-Files. Also diese hier. Diese Customer-Kunden. Das sind die Kundendatenbanken von dem Unternehmen wahrscheinlich. Und die wollen wir uns jetzt mal alle kopieren. So. Auf geht's. Wo ist denn die 1? Ach, da unten. Fangen wir mit der 1 an. 1. 2. Ach, 0 gibt's auch. 4. 5. Ja, ich glaube es reicht schon nicht mehr. Okay, wir sind jetzt bei 5. Wir müssen gleich nochmal wiederkommen. Reicht nämlich nicht. Unser Speicher. So, die sind jetzt, ähm... Verschlüsselt. Die müssen wir jetzt erstmal entschlüsseln. Mit dem... Dekryptor. 1. 2. 3. 4. 5. Habe ich den schon? Ja. 6. Und dann kann ich anfangen, die rüber zu kopieren. 0. 0. 1. So, fertig. Und dann ist die anderen auch noch. Ah, dann habe ich schon wieder ausgeschlossen. Nein, habe ich jetzt geschlossen, das Ding... Ach, ne, ich habe ja... ...habe ja zum Glück die Stimme gespeichert. ...habe ich jetzt... ...habe ich... ...habe ich... ...habe ich... ...habe ich... Diesmal bypass ich... Das jetzt werden wir nicht gepackt, weil das die Sicherheitsvorkehrung ausgeschaltet hat. Passwort ist noch das gleiche, warum er mich jetzt packt, weiß ich auch nicht so richtig. Raus kommt man aus der Konsole übrigens mit Exit. So, machen wir hier mal weiter eben schnell. So, 5 hatten wir, jetzt brauchen wir die 6, 7, 8, 9, fertig. Verschleiern, dass wir Zugriff auf die Dateien hatten. Okay. Okay. Wieder eine Decrypten. Musik So, fertig Musik Hier gibt es die Kohle Und Ja Nächste Mission Aber ich mache hier erstmal eine Pause Und ja, gleich können wir mal ein paar Interessantere Missionen machen Vielleicht mal eine Lahnhecken Oder je nachdem was uns so angeboten wird Die haben ja jetzt ein paar Level übersprungen Weil wir ja die Bank gehackt haben Wir können auch mal eine Bank hacken Und ein bisschen nach Accounts stöbern Wo noch eine Melle drauf ist Und ja, gucken wir mal Bis später